Die letzte Woche überzeugte durch andauernde Temperaturen über 40 Grad. Doch schon am Freitag und auch am Samstag brachten einige Gewitter etwas Abkühlung. Am Samstagnachmittag zeigten sich die Gewitter etwas Abkühlung. Am Himmel sind einige vielversprechende Quellwolken, aus denen dann auch tatsächlich ein kleinräumiges, aber doch recht schwaches Gewitter entstanden ist. Am Samstag brachten Sie sich die Gewitter und die Gewitter entstanden ist. Am Samstag brachten Sie sich die Gewitter und die Gewitter entstanden ist. Am Samstag brachten Sie sich die Gewitter und die Gewitter entstanden ist. Am Samstag brachten Sie sich die Gewitter entstanden ist. Am Samstag brachten Sie sich die Gewitter entstanden ist. Am Samstag brachten Sie sich die Gewitter entstanden ist. Am Samstag brachten Sie sich die Gewitter entstanden ist. Am Samstag brachten Sie sich die Gewitter entstanden ist. Am Samstag brachten Sie sich die Gewitter entstanden ist. Am Samstag brachten Sie sich die Gewitter entstanden ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.